Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich! Ich bin hier bei der Freilichen Feuerwehr in Meindorf, das liegt bei St. Augustin. Und wir gucken uns heute ein sehr außergewöhnliches Fahrzeug, das habe ich noch nie gesehen. Ich bin total geplättet und will euch das jetzt ganz schnell zeigen. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Wehrleiter der Feuerwehr. Es ist hier natürlich wieder anders, ich hole mal den Martin dazu. Hallo, herzlich Willkommen! Wie heißt das nochmal bei euch? Einheitsführer. Also die Feuerwehr St. Augustin hat einen Leiter der Feuerwehr und hier am Standort bin ich der sogenannte Einheitsführer. Entschuldige, die Bundesländer, es macht mich überall anders. Das wäre ja schön, wenn das mal einheitlich wäre. Ja, kann man mal anregen, aber ist halt Föderalismus. Ne, aber wie gesagt, tolle Feuerwehr hast du, tolle Fahrzeuge. Danke, gute Mannschaft. Gute Mannschaft, ne? Aber es fängt ja am Kopf an, ne? Also deshalb ist es echt Lob auch in deine Richtung, aber natürlich klar, die anderen sind auch alle echt cool. Aber jetzt mal das Fahrzeug. Also sprachlos bin ich nicht oft. Und ich dachte, was ist das denn? Du hast mir ja die Bilder geschickt. Genau. Ich dachte, würde ich unbedingt vorstellen. Was ist das denn? Also, ja, fachlich heißt da Gerätewagen Gefahrgut. Das ist also ein Gerätewagen, der, wie der Name schon sagt, Gerät transportiert, aber eben ein ziemlich spezieller Aufbau. Das ist mit dieser Triebkopfvariante gelöst, die Container transportiert. Sprich, man könnte theoretisch auch andere Container nutzen. Wir haben jetzt nur diesen einen. Ja, es sind Rollwagen drauf, die Material für das Thema ABC transportieren. Hauptsächlich den Dekonplatz, alles was dazugehört. Strom, Licht, um an der Einsatzstelle autark zu sein. Und ja, das ist so die grobe Richtung. Also kein WLF? Also eigentlich so ein Wechselladerfahrzeug kennt man ja sonst nur so? Genau. Vom Fahrzeugkonzept her könnte er das natürlich. Also jeder andere Container, der zu diesem Triebkopf passt, könnte hier auch aufgesattelt werden. Aber bei uns in St. Augustin gibt es eben nur diesen einen Container, weil nicht diese Wechselvariante das ausschlaggebende Kriterium war, sondern eben andere Punkte für uns das waren, warum wir uns für dieses Fahrzeug entschieden haben in dieser Bauvariante. Unfassbar cool und ich freue mich jetzt auf die Vorstellung. Also, los geht's! Ja, liebe Zuschauer und Feuerwehrinteressierte, nachdem der Willi und ich uns jetzt hier begrüßt haben, euch das Fahrzeug kurz vorgestellt haben, möchte ich gerne an meine Supermannschaft übergeben. Wir haben zwei Kameraden, die sich mit diesem Fahrzeug, seitdem es bei unserem Standort stationiert wurde, sehr viel beschäftigt haben und das Fahrzeug in- und auswendig kennen. Deswegen würde ich jetzt an den Max und den Erik übergeben, die das Ganze technisch euch ein bisschen detaillierter vorstellen. Ja, moin! Ich bin der Erik, Hauptfeuermann der Löschgruppe Meindorf und mit dem Max zusammen zu meiner Linken. Wir beide kümmern uns um den Gerätewagen Gefahrgut hier. Ja, ich bin der Max, Erik hat mich ja schon vorgestellt. Ich bin auch hier seit zehn Jahren in der Feuerwehr aktiv, kümmere mich hier ein bisschen mit um den GWG und den wollen wir euch jetzt mal zeigen. Das ist ja Teamarbeit! Ja, hier sind wir an Bord von, oder erst mal im Triebkopf von dem Fahrzeug. Der Betriebkopf ist ein Mercedes-Benz Vario, acht Tonnen. Ja, ansonsten hier vorne quasi ganz normal die Bedienung für Blaulicht, Heckwarnsystem, Sondersignalanlage und die gesamte Umfeldbeleuchtung. Ansonsten hier oben noch das Navi bzw. Funk. Hier haben wir noch ein Gasmessgerät, um Gas zu messen. Das ist ein Multigaswarner, den wir mitnehmen können, wenn zum Beispiel wir in ein Gebäude reingehen und eine Heizungsanlage wäre undicht. Der würde sofort anspringen. Funkgerät und noch zwei Handlampen. Dieser Wagen hat natürlich noch eine ganz besondere Eigenschaft. Wir können den Container auf bis zu 1,60 Meter hochheben. Das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn du in einem Lagerhaus einen Brand hast oder irgendwelche Gefahrgutlagen und dort die Rampen für die LKWs sind, dass wir den auf direkte Höhe bringen können. Oder auf die richtige Höhe und dann mit der Rampe direkt die Container ausladen und schnellstmöglich zur Einsatzstelle bringen können. Und das zeigen wir euch jetzt mal, wie wir den hochfahren, den Wagen. Musik 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 Ja, jetzt haben wir ihn auf die Einsatzhöhe runtergebracht und so können wir jetzt natürlich unsere sämtlichen Gerätschaften und Container, die wir hinten drin haben und in den Seitenfächern entnehmen und werden euch diese jetzt mal vorführen. Wir fangen natürlich mit den Seitenfächern erstmal an. Genau, so, hier haben wir jetzt den linken Seitenkasten von unserem GWG. Hier befindet sich nur Elektrik drin, das ist relativ uninteressant, also von daher. Ja, was haben wir hier alles zur Verfügung? Wir haben ein bisschen Verkehrsabsicherung hier, eine kleine Stehlampe haben wir hier, natürlich ein paar Handlampen, diese wunderschönen Saugnäpfe, um Gläser, große Glasplatten anheben zu können beispielsweise. Natürlich auch die altseits bekannte Winkerkelle, muss ja auch sein. Ein paar Blinklicker, die wir auch synchron schalten können. Und ja, dann geht es weiter hier mit sogenannten Gulli-Eiern. Diese Teile kannst du in einen Gulli reinsetzen, dann pumpen die sich auf und das Ding ist dicht, da geht nichts mehr rein. Hier haben wir ein bisschen Bindemittel, Besen, Schaufel, Verkehrsleitkegel, Verkehrsdreiecke, die wir aufspannen können, um zur Einsatzstellenabsicherung. Natürlich auch, kennt man, um kleine Dinge aufzuheben, Besen. Und hier hinten noch eine kleine Kontrolle für die Außenbeleuchtung. Hier kann auch die Rundumbeleuchtung und Blaulicht und Heckwarnlicht eingeschaltet werden. Ja, das ist so die linke Seite. Natürlich hier darf es natürlich nicht fehlen, hier ist eine kleine Gurbel drin. Da ist nämlich doch das Schöne an der ganzen Sache, wenn man sich diesen großen grauen Balk mal ansieht, das ist ein sogenanntes Vordach, kann man sagen. Das können wir bei Einsatzstellen, wenn jetzt beispielsweise die Sonne richtig knallen würde oder ein bisschen Regen ist, dann können wir da noch eine Jalousie ausfahren. Und wir stehen etwas trockener. Ja, hier auf der rechten Seite haben wir einmal ein Hygieneboard mit entsprechend Druckluft. Dann hier einmal ein Druckspulgerät für Ölbindemittel in Flüssig auszubringen. Ganz normaler 6 Kilo Feuerlöscher. Noch Faltkegel nochmal zur Absicherung. Ein Stromerzeuger, da das Fahrzeug an der Einsatzstelle grundsätzlich immer Strom haben muss und der Fahrzeugmotor nicht immer mitlaufen muss. Dafür hier nochmal ein zusätzliches Aggregat. Dann einmal hier für die Dekondusche eine Notfallkofferpumpe als Ersatz. In den zwei Kisten sind Wechselklamotten für die CSA-Träger, nachdem die durch die Dekondusche durch sind. Getränke für die Atemschutzgeräteträger, Atemschutzmasken. Hier sind noch Zubehör drin für Probeentnahmen an der Einsatzstelle, wenn wir gefährliche Stoffe haben und noch nicht wissen welcher Stoff das ist. Zubehör für Abdichten bzw. auch Leckstopp, Schutzbrillen und Gehörstöpsel und noch Handschuhe bzw. Einweganzüge. Also was mir echt gerade auffällt, also ich glaube flacher und einfacher kenne ich es nirgends. Das ist absolut genial, also wie flach man hier wirklich beim Boden ist und wie jetzt die Überladung kann sich jeder vorstellen. Mit Ladebordwand jetzt im Vergleich würde ich jetzt mal sagen, da fährst du raus, fährst runter, kannst runterfallen. Sau gefährlich auch, dass da noch nichts passiert ist. Allein diese Zeiten, wie du da so be- oder entlädst, das ist ja, jetzt darf ich sagen, wirklich geil. Das ist ein Hammer. Cool, echt. Ja, das ist ein sogenannter IBC-Container, den nutzen wir für unsere Dekondusche zum Auffangen von Schmutzwasser bzw. wenn wir an der Einsatzstelle einen leckenden Tank haben, können wir damit die gefährlichen Stoffe auffangen. So, weiter geht es mit unserem Wagen für Strom. Wir können uns natürlich selber auch noch ein bisschen mehr Strom machen, als wir mit dem kleinen Aggregat, was wir gerade im Seitenkasten gesehen haben. Wir haben natürlich auch ein paar Flutlichtstrahler drauf, um den Einsatzsteller auszuleuchten. Und auf der anderen Seite findet sich ein Aggregat und hier eine Menge Kabeltrommeln und natürlich auch ex-geschützte Kabellichter und Stecker. Stative finden sich da und den Lichtmast kann man natürlich auch noch ein paar Meter hochpumpen. Ja, das ist einmal der Container ZBV, also zur besonderen Verfügung. Da haben wir hier zum einen nochmal Materialwesen schaufeln, ein paar Stecheisen für die Erde zum Absperren. Dann haben wir hier noch einmal Bindemittel, in den verschiedensten Größen auch nochmal ein Sack Ölbindemittel. Und ansonsten nochmal Einwegschutzanzüge, Müllsäcke nochmal zusätzlich. Dann haben wir einmal hier vorne auch nochmal Einweganzüge und eine Ablageplane für den Gefahrenbereich, dass man das nochmal gesondert kennzeichnet. Und ansonsten hier noch Stative für das Auffangen, beziehungsweise hier für diese Wagenstelle. So, weiter geht's mit unserem Wagen für Auffangen. Da natürlich viele Gefahrenstoffe auch in flüssiger Form vorkommen, können wir beispielsweise dort Kraftstoff aufnehmen in diesen Kraftstoffkanistern. Die sind natürlich leer, ist klar, kann man sich leider nicht was abnehmen. Natürlich auch große Auffangmangen, Schöpfeimer, Edelstahltrichter, auch kleine oder ein Liter Messbecher zur Probenentnahme, wenn das zum Beispiel an dem Gully ist und ein bisschen tiefer, damit man sich nicht reinbücken muss. Und natürlich Müllsäcke und große Plane. Und ganz oben drauf haben wir noch eine Sackkachel liegen. Wenn wir da mit zum Beispiel dann diesen blauen Gefüllten transportieren müssen, wenn der voll ist, dann sind das mal locker 30, 40, 50 Kilo, je nachdem was das für Stoff ist, wie viel da drin ist. Und das möchte man ja ungern tragen. So viele Rollcontainer schon raus und da immer noch voll. Wahnsinn, was das für ein Platz ist. Das ist der Rollcontainer Abdichten. Hier ist im Prinzip alles drauf, um Tanks abzudichten. Wir haben hier einmal Leckdichtkissen, das komplette Zubehör dazu, Rohrdichtkissen, die Luftflaschen, um die Dichtkissen aufzupumpen. Ja, wie ihr seht, ist es schon einiges am Platz hier jetzt vorhanden. Und diese zwei Container sind natürlich so ein bisschen das Herzstück der ganzen Geschichte. Das ist nämlich unsere Dekondusche, Dekonstrecke. Warum das so komisch gepackt ist, hat vielleicht auch einen guten Grund. Wie ihr eben gesehen habt, das Fahrzeug können wir ja schön hochfahren. Und wer genau hingeschaut hat, hinten gibt es keine Querachse. Das bedeutet, er hat natürlich ein sehr nettes Fahrverhalten. Und der Max und ich, wir haben uns viele, viele Stunden und einige Fahrten zur Waage natürlich genommen, um dann diesen Wagen genau so zu packen, dass er vernünftig zu fahren ist. Im Einsatzfall muss man natürlich vernünftig fahren können. Da kann ich nicht mit 30 lang schleichen, weil er anfängt sonst auszubrechen. Und haben uns da viele, viele Stunden Zeit für genommen und diesen Wagen so gepackt, wie er jetzt ist. Und deswegen haben wir jetzt die zwei auf der rechten Seite. Vorher war es ein bisschen anders gepackt. Und jetzt stellen wir euch die Dekon-Container vor, die dann eigentlich das Herzstück dieses Fahrzeugs bilden. Ja, das sind die beiden Rollen-Container, wo die komplette Dekonstrecke mit drauf ist. Angefangen das Herzstück der Dekonstrecke, die Dekontaminationsdusche. Diese ist komplett aufblasbar mit den Luftflaschen, die auch hier oben bei sind. Hier oben ist die Plane, die quasi die Grundlage bildet. Das ist wie die Ampelfarben, Rot, Gelb, Grün. Rot zum Gefahrenbereich hin, also da kommen die CSA-Träger gerade aus der Einsatzstelle heraus. Gelb, da steht die Dusche drauf, da wird dekontaminiert und dann gehen sie in den grünen Bereich, wo sie dekontaminiert sind und dann die Einsatzstelle so verlassen können. Zudem haben wir hier das gesamte Zubehör quasi. Also die ganzen Schläuche, das Absperrmaterial, was zur Dusche gehört. Die Reinigungsbesen, Absperrketten. Hier unten für das Personal, was an der Dekonstrecke arbeitet. Gummistiefel, die Einweganzüge. Das gesamte Zubehör unten auch noch was zur Dusche gehört. Dann haben wir einmal hier drinnen die schon am Anfang angesprochene Kofferpumpe zur Dekondusche, damit wir das Wasser, was in der Dekondusche benutzt wird, aus der Dusche heraus abpumpen können und in den IWC-Container pumpen können. Und hier ist noch ein aufblasbares Becken drin für die Grundreinigung oder für die Vorreinigung. Das heißt, hier drin werden die CSA-Träger erstmals dekontaminiert, also die Schuhe sauber gemacht, bevor sie dann wirklich in die Dekondusche hineingehen. Dass man sich das auch ein bisschen bildlich vorstellen kann, was der Max euch gerade erzählt hat, haben wir das natürlich hier einfach mal aufgemalt. Hier könnt ihr dann auch genau sehen, mit dem roten Bereich, dem gelben Bereich, dem grünen Bereich. Hier gehen die Kameraden unter CSA erstmal in die Vorwäsche, in den Kanister, dann in die Dusche rein, werden dekontaminiert. Und auf diesem Feld, das ist ein großer Sack, dann entkleidet von den anderen Kameraden, die diese Einweganzüge tragen. Und ja, dann sind sie, wenn sie im grünen sind, aus der Einsatzstelle raus und im weißen Bereich sozusagen. Also erstmal das mit diesem rot-gelb-grün. Ist ja Standard, aber das ist eigentlich wie so eine Ampel. Rot halt, geht gar nicht. Also so darfst du hier nicht raus. Gelb, wir kommen der Sache schon näher, es geht gleich los. Und grün, du bist jetzt gerade nicht und kannst natürlich jetzt wieder zu deinen Kameraden hingehen und erzählen, was du gerade im Einsatz erlebt hast. Was ich toll finde, dieses Rollcontainer-Konzept, also ich bin mega begeistert, auch gerade für den ABC-Einsatz, dass du damit hinfährst zur Einsatzstelle. Du musst nicht mit dem Einsatzfahrzeug direkt dabei stehen, sondern kannst das direkt hinfahren, rausziehen, aufpusten, Dusche raus. Dann stehst du mal nicht so im Weg und dann die 10 Meter, 15 Meter kannst du mit dem Container fahren. So ein geiles Konzept. Ja, eine Kleinigkeit will ich noch hinzufügen. Der Max und ich, wir stehen natürlich jetzt im Riesenraum hier. Das hat beim Winter auch noch einen großen Vorteil. Wenn die CSA-Leute, wenn die nämlich im Einsatz waren, verschwitzt sind, dann können die sich hier drinnen, wenn wir natürlich alles rausgefahren haben, in Ruhe umziehen, auch geschützt und sowas alles. Machen wir die Türen zu und es wird nicht kalt und ja, dann haben die noch eine perfekte Möglichkeit, sich ihrer Kleidung zu entledigen und sich frische, gereinigte Sachen anzuziehen und dann den Einsatz zu verlassen. Während die anderen einräumen. Also Martin, was sich jetzt gerade die Zuschauerinnen fragen, wann kann man denn jetzt zum Dienst kommen? Wir haben Übungsdienst ungefähr zweimal im Monat, mittwochs oder freitags. Das variiert so ein bisschen. Dienstplan für Interessierte gibt es auf unserer Homepage, feuerwehr-meindorf.de und natürlich auch unsere Facebook-Seite, feuerwehr-meindorf. Da findet ihr Ansprechpartner, Informationen rund um uns, was wir so machen, was wir treiben, wie oft wir üben. Wir sind immer offen für neue Gesichter, kommt einfach vorbei, schaut euch das Ganze an und es macht definitiv Spaß. Das hört sich jetzt ein bisschen so an, ja, ist so ein typischer Satz. Ja, hört sich wirklich so an, aber das ist wirklich so. Ich möchte mal ganz kurz sagen, die Leute, die aus Meindorf kommen, ihr habt so eine geile Feuerwehr im Ort und ich komme viel rum. Kommt mal bitte hierher, guckt ihr das mal, auch die Leute, ihr werdet sehen, was ich nämlich meine. Ihr könnt euch hinterher bei mir nochmal melden und bedanken, weil ich glaube, das ist wirklich, es muss ja auch Spaß machen. Feuerwehr, aber das ist Freizeit. Genau, das ist eine freiwillige Feuerwehr. Und alle so cool, auch hier, André, wenn ich ihn gerade sehnte, da kann man so ein geiles Stück DNA. Bist du verrückt, du? Nein, aber ihr seid so tolle Leute, ich kann das echt nur loben. Und das muss ich das Lobbild, Stefan, nicht weitergeben. Richtig coole Kameradschaft. Stellvertretend gerne entgegen. Supergeil, also kommt hierher, glaubt mir, was ich sage. Und Jugendfeuerwehr habt ihr auch? Natürlich, eine super Jugendabteilung. Ich brauche nur Klatschen, da kommen die Jugendlichen ins Bild. Achtung! Aber ihr seht, ne, die Jugendlichen gibt es noch viel mehr. Ich weiß gerade, die jetzt neben mir standen. Also, auch für die Jugendlichen ganz cool. Nur eine Warnung für die Jugendfeuerwehr. Ich sage es immer wieder, vorher, wenn man nicht in der Feuerwehr ist, ist man am Geburtstag eher so unter sich. Wenn man natürlich in der Jugendfeuerwehr ist, heißt das, die Bude ist immer voll. Da muss man sich gut überlegen, ob man so viele Freunde haben will oder nicht. Das gibt es bei der Jugendfeuerwehr. Also, und wann machen die immer Dienst? Immer freitags nachmittags. Jeden Freitag? Jeden Freitag. Das kann ich mir sogar merken. Amtstag? Nee, Freitag. Außer den Schulferien. Freitags. Freitags. Also, Freitags haben wir jetzt zur Feuerwehr kommen. Nachmittags, welche Uhr seid ihr? 17 Uhr. 17 Uhr. Das ist Jugendfeuerwehrdienst. Also, dann einmal zur Feuerwehr. Richtig cool. Nicht nur die Feuerwehr, nicht nur die Fahrzeuge, auch die Leute. Also, wir sehen uns hier in Meindorf. So, dass ich hier in Meindorf bin bei der Freiwilligenfeuerwehr, haben wir Sebastian zu verdanken. Sebastian hat nämlich beim Gewinnspiel mitgemacht bei der 1er Terracion Dortmund. Und auch noch gewonnen. Ja, ganz frech. Ganz frech. Also, ich bin sozusagen dein Trostpreis. Boah. Ich durfte heute hier tolle Fahrzeuge sehen. HLF, MTF und diesen GWG-Spezial. Wie gesagt, deshalb habe ich Sebastian auch eigentlich für dich heute wieder Gewinner gewesen. Weil ich konnte die schöne Feuerwehr hier in St. Augustin, Meindorf, sehen. Also, mega cool. Ja, ich würde mal sagen, wir sind beide Gewinner. Hast du das schön gesagt? Also, wir gehen jetzt mal einen Kaffee trinken und bis zum nächsten Video. Sebastian, Unfall. Tschüss. Schön ist ja auch, dass dir alles zuschaut, ne? Ja, die Jugend will es ja mal lernen, ne? Du fliegst mal einen anderen Alarm wie sonst. Ich kam jetzt nicht zu Wort. Ich wollte sagen, wollen wir noch warten, bis der Gong vorbei ist? Ach so. Ja. Ich kann das aber gerne noch was sagen. Jetzt. Schön. Geil. Das war der Beistand des Herrn. Ja? Hat's gefallen? Ja, war cool. Schön, dass du da warst. Sebastian, was sagst du? Auf jeden Fall einen Besuch wert von dir. Musik Musik MW